so hallo liebe youtube freunde liebe gpc gemeinde heute mal wieder eine 4,5 millimeter kniffte wie ihr seht 1911 SIG Sauer CO2 betrieben 4,5 millimeter semi auto dies teil hier hatte ich bereits auf der diesjährigen IWA 2018 auf dem gsg stand ganz genau in augenschein genommen hat mir auf dem ersten blick schon mal sehr gut gefallen jetzt habe ich sie hier liegen an dieser stelle als erstes mal wieder mein dank an unseren treuen und langjährigen partner dem damage jagd sport und outdoor der mir diese testwaffe freundlicherweise zur verfügung gestellt hat bevor wir uns das gute stück anschauen natürlich wie immer zuvor das datenblatt ein ja 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 nach dem datenblatt kennen wir jetzt die technischen daten zu dieser knifte das ganze hier wird in diesem karton geliefert mit diesem hart plastik in lay wo die waffe so gesehen eingebettet ist wir holen sie jetzt einfach mal raus und gucken mal was wir denn darin alles vor finden neben der waffe selbst haben wir diese bedienungsanleitung sowie ein päckchen mit stahl bb es diesen im bus schlüssel den brauchen wir um die co2 kapsel im magazin zu befestigen den im bus schlüssel nehmen wir mal beiseite und die bb ist auch die bedienungsanleitung ist sehr kurz und knapp gehalten nur in englischer sprache brauchen wir erstmal nicht gucken uns die waffe mal ganz genau von dicht dran wieder mal richtig an weathered finish steht auf dem karton und das kann ich so bestätigen das ding ist wirklich verwittert das sieht aus als ob es eine weile draußen im regen vor sich hingegammelt hätte aber das ist wirklich sehr gut gemacht wir haben hier sicksauer 1911 tief eingelassen die jahreszahl 1776 auf den griff schalen die us sterne und jetzt fragen sich viele was hat es damit auf sich wir haben nämlich hier oben auf dem verschluss sind auch wieder diese us sterne zu sehen naja das jahr 1776 war das jahr der unabhängigkeitserklärung der vereinigten staaten von amerika und diese sterne hier sollen die einzelnen bundesstaaten quasi darstellen das ist quasi der hintergrund wenn man so will was dieses modell hier rüber bringen soll eine homage auf diese unabhängigkeitserklärung und hier sehen wir die kaliber angabe punkt 177 4,5 mm das ist für stahlkugel das fm 5eck und eine seriennummer die bedienelemente hier in schwarz abgesetzt der verschlussfang der gleichzeitig zerlegebügel ist der skelettierte abzug die flügelsicherung die man nur einlegen kann wenn die waffe gespannt ist genau wie beim original und abschlagen können wir die waffe auch nur wenn wir diese handballen sicherung hier betätigen das ganze hat wieder diesen bieber teil hier diese verlängerung damit uns der verschluss wenn er zurückkommt nicht böse in die hand rein donnert wir nehmen das magazin mal raus das kennen wir schon der hersteller hier ist kwc wie bei fast allen co2 betriebenen 1911 modellen ja hier unten kommt der im bus schlüssel rein um die co2 kapsel praktisch einzusetzen der wird dann hier rausgedreht co2 kapsel rein festgedreht fertig hier haben wir den zubringer für die bs der lässt sich toller weise auch hier unten arretieren durch dies kleine loch werden die bs ins magazin eingefüllt und dann wenn das magazin volles wird der zubringer wieder freigegeben passt hier ein bisserl auf hier oben die magazin lippe ist aus plastik wenn ihr das teil zu schnell hoch schnallen lässt dann kann das hier oben brechen und was auch passieren kann wenn ihr zu viele bb es hier rein tut 17 passen hier rein ich glaube man kriegt sogar 18 hier rein möchte ich behaupten dann verkantet sich das hier sehr gerne mal und dann habt ihr leerschüsse darauf muss man achten ja die waffe hat blowback so wie sich das jeder sammler wünscht wunderbar sie drehen die ganze sache mal auf der rechten seite haben wir hier warnhinweise dann made in taiwan und hier steht auch noch mal we the people der äußere lauf sowie hier vorne die manschette und auch wie gesagt alle bedienelemente sind in schwarz abgesetzt die kimme ist nicht verstellbar aber kimme und korn sind mit weißen punkten abgesetzt das macht das anvisieren des ziels deutlich einfacher ja das eigentlich alles was war so drum und dran hier erkennen können ich halte euch noch mal so von unten das ganze erinnert mich ein bisschen an die 1911 colt ausführung von umarex da hatten wir ja diesen commemorative und auch dieser wurde von kwc gefertigt und damit ihr mal seht dass das wirklich alles ein und das gleiche ist hole ich den mal zum vergleich so oder haben wir jetzt den umarex colt commemorative aus dem jahre 2015 diese limitierte version und dann gucken wir uns die magazine mal an ich denke da gibt es keine weiteren fragen das ist alles das gleiche alles baugleich wie gesagt da ist alles dasselbe alles das gleiche das design ist hier auch abgeranzt aber natürlich etwas anders gemacht ist aber alles kwc gut den commemorative tun mal wieder weg dann kommen wir jetzt mal schnell noch zur demontage magazin haben wir schon raus wir spannen den verschluss hier haben wir wieder so eine kleine aussparung auch sieht man hier denke ich da bringen wir den verschluss hin auf der rückseite drücken wir dann hier ein bisschen rein und können dann den verschluss fangen hier rausziehen verschluss nach vorne abheben da haben wir das griffstück rückholfeder samt führungsstange einfach so entnehmen die kleine hülse kommt uns dann gleich hinterher hier vorne die manschette einmal nach links gedreht durch diese feder ist die feder belastet und dann schieben wir den lauf einfach nach vorn hin raus die feder hier können wir vom lauf abnehmen wenn wir möchten lasse ich jetzt drauf der innere lauf lässt sich demontieren dann müssen wir wieder hier diese diesmal ist es eine schraube müsste man hier rausschrauben dann kann man das hier trennen mache ich jetzt aber nicht ja hätten wir hier eine 6 mm variante wäre hier ein hop-up-rädchen drin da es aber eine 4,5er ist haben wir hier natürlich kein hop-up hop-up-rädchen ja so blowback unit das eigentlich alles zusammengebaut in umgekehrter reihenfolge geht alles wirklich super fix ich weiß gar nicht wie viele 1911 modelle ich schon zerlegt habe während meines wirkens auf diesem kanal aber gut macht man dann schon fast im schlaf zurück hier vorne hinten ein bisschen reindrücken schluss nach hinten zur legebügel wieder zusammengebaut die griffschalen hier die sind definitiv aus metall war die sind aus metall da ist nix nix plastik also das eins ist da ich würde mal sagen nicht mal nicht mal die kimme und das korn sind aus plastik ja hier ist kein plastik teil dran das ist ja mal wirklich eine absolute seltenheit ok gut jetzt aber genug gequatscht was kommt jetzt der schuss test ab im keller bis gleich und so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, nach dem Schusstest muss ich echt sagen, hat mal wieder tierisch viel Spaß gemacht, so einen schönen CO2-Colt wie diesen zu schießen. Wir bekommen, das ist vielleicht auch den Temperaturen jetzt geschuldet, hier zweieinhalb Magazinfüllungen raus. Das ist sicherlich bei anderen Temperaturen, wenn es wärmer ist, wird es ein bisschen mehr Ausbeute sein, aber ich habe hier zweieinhalb Magazinfüllungen mit einer CO2-Kapsel geschafft bei mir im Keller. Die Verarbeitung ist top, wie man das von KWC gewohnt ist. Ein wunderschönes, sehr, sehr starkes Blowback. Wie ich schon sagte, hier klappert so gut wie gar nichts. Hier ist alles so, wie es sein soll. Handling passt, Verarbeitung passt, Oberfläche einfach nur top. Die Griffschalen sind übrigens aus Metall, weil ich meine CO2-Kapsel war mal kurz hier mal, ist definitiv Metall. Auch hier die Kimme und das Korn. Also wir haben hier äußerlich überhaupt keine Plastikteile. Das ist mal richtig, richtig top gelöst. Ja, dies verwitterte Design hier in Verbindung mit den schwarz abgesetzten Bedienteilen gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Wir haben hier absolutes Sammelobjekt für alle Sammler und 1911er Fans. Ein absolutes Muss. Genauso wie hier schon von Omarex dieser wunderschöne Commemorative. Also ich denke, das wird jedes Sammlerherz hörschlagen lassen. Ja, und auch die Hobbyschützen kommen hier nicht zu kurz. Ich habe die Zielscheibe jetzt leider unten im Keller vergessen. Ich blende euch das hier mal aus dem Video nochmal kurz ein. Dann seht ihr hier mal der Streukreis auf sieben Meter freistehend geschossen. Der ist auch top, der kann sich auch sehen lassen. Ich denke, das passt soweit. Ja, alles in allem, wie gesagt, absolute Kaufempfehlung. Wenn euch das Review gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Besucht meine Partnerkanäle sowie unser Forum, die GPC Gunpower Community. Und schaut mal bei unserem Partner und Sponsor, dem Damage Jagd Sport und Outdoor vorbei. Der hat diese tolle Waffe, nämlich im Programm. Das war es dann von mir. Ich verbleibe mit den besten Wünschen. Bleibt mir alle gesund und munter. Nächstes Review kommt. Bis dahin, macht's gut. Euer Doc. Mein Liebespferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferd abbegeben. Das soll deine Belohnung sein. Bis dahin, macht's gut.